Ja, herzlich willkommen zum Kloster Frauenalp. Das ist jetzt die alternative Klosterruine zu Herrenalp. Erheblich größer, erheblich beeindruckender, erheblich spektakulärer war auch, als es noch Bestand hatte, dass mit Abstand reichere Kloster nichtsdestotrotz wurde mit Herrenalp die Ruine viel mehr geschätzt als Frauenalp, was einfach daran lag, dass Herrenalp nie übers romanische und ganz, ganz früh barocke Baustadium hinausgekommen ist. Das heißt, so richtig großer Prunkbau, wie er hier steht, hat es da nie gegeben und diesen Barock, diesen Prunk, den hat man schon recht früh als nicht besonders schützenswert erachtet. Während romanische Gemäuer schon im ausgehenden 19. Jahrhundert als schützenswert erachtet wurden und romantisiert wurden, war das mit eben dem älteren Barockzeug, dem jüngeren Barockzeug nicht so. Das hat man nicht großartig wichtig gefunden. Dementsprechend hat sich da auch wenig in Sachen Schutz getan. Und als dann irgendwie hier die Industrialisierung begann und auch hier im Albtal beginnen sollte, wusste man nicht so genau, wie man jetzt hier Geld verdienen soll, hat halt alles, was an möglichen Fabrikgebäude eventuell zur Verfügung stand, genommen. Und so kam es, dass man dann hier in das Kloster, das dann auch aus noch mehr Gebäuden bestand, als heute der Fall ist. Wir sehen hier auf die Klosterkirche die Überreste davon, dass da Spinnereien drin waren und Webereien und Schnapsbrennereien und diverse Industriebetriebe im Krieg dann später auch die Nazis drin gesessen sind. An dem, was davon noch übrig war, wohlgemerkt, allzu viele Gebäude hat es da nicht mehr gegeben. Ja und alles in allem hat das Kloster durchaus eine bewegte Geschichte hinter sich mit mehreren Auflösungen. Aber endgültig aufgelöst wurde es dann erst mit der großen Säkularisation, ich glaube 1802, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und seitdem ist es halt dann fröhlich am Verfallen gewesen, bis es seit circa vor 50 Jahren ungefähr auch ein bisschen mit Geld renoviert wurde und Geld in die Hand genommen wurde und man herausgefunden hat, dass diese Ruine sehr wohl auch einen gewissen Wert darstellt. Und seitdem geht es hier definitiv auch wieder bergauf. So und da es weiterhin regnet, eben hat es kurz aufgehört, muss ich jetzt versuchen an meinen Regenschirm ranzukommen, den mir Frau hier hinten so schön befestigt hat, dass ich jetzt keine Ahnung habe, wie ich den abbekommen soll. Ah, okay. Ja, danke Frau. Mit Handschuhen jedenfalls gar nicht. Gut, während ich versuche den Regenschirm raufzupacken, um die Kamera zu beschützen, gehe ich noch ein Stückchen weiter, damit es dann richtig Multitasking ist. So, wir stehen hier jetzt in den Überresten der Klosterkirche und ich habe hier einen farblich sehr passenden Regenschirm. Einen Moment. Und da werde ich die Gelegenheit mal nutzen und ein paar Takte verlieren zu, ha, jetzt ist die Kamera auch regengeschützt, zu eben der Gründungsgeschichte von Frauenalp. Also Frauenalp war gedacht als, ich sag jetzt mal Abschiebeort für Witwen, Adlige, Jungfrauen, die nicht geheiratet haben oder irgendwelche vierten und fünften und so weiter und so fort, Töchter, die man nicht mehr wirklich gebraucht hat für politische Ehen und denen man auch nicht mehr allzu viel Mitgift mitgeben konnte. Und die wurden dann in Kombination mit einem entsprechenden Geschenk von verschiedenen Adelshäusern eben in so einem Kloster abgelegt sozusagen, damit sie weg waren. Und gleichzeitig hat das natürlich den eigenen Seelenheil einen gewissen Boost verschafft, weil wenn du irgendwelche Töchter ins Kloster schickst, dann wirst du irgendwie heiliger dadurch oder so, keine Ahnung. So genau habe ich das nie kapiert, aber war wohl ungefähr irgendwie in diese Richtung gehend, ja. So, und gegründet wurde es 1185, irgend sowas um den Dreh, plus minus, also kurz vor 1200 jedenfalls, von eben den Ebersteinern. Den Grafen zu Eberstein war damals hier noch ein sehr mächtiges Adelsgeschlecht hier in der Region, die sich zusammen mit den späteren Markgrafen von Baden, mehr oder weniger auch die Macht aufgeteilt haben hier in der Gegend. Und die Ebersteiner wollten sich eben da ein bisschen hervortun und hatten 30 Jahre vorher auch schon das Kloster Herrenalp, also das, was wir schon gesehen hatten, gegründet. Aber das hat ihnen noch nicht ganz gereicht. Da war inzwischen jetzt wieder ein anderer Obermotz, der oberste Graf von Eberstein und wollte halt eben auch für seine weibliche Verwandtschaft was Gutes tun und weiterhin Seelenheil und Ansehen der Ebersteiner mehren. Und damit hat man eben dieses Kloster hier gestiftet. Stiftung bedeutet, sowohl das Kloster selbst haben sie bezahlt, den Bau, mitsamt Kirche, Itazee und so weiter und so fort, und sie haben das Kloster mit einem gewissen Startkapital an Ländereien ausgestattet. Und über diese Ländereien durfte dann die Äbtissin vom Kloster entsprechend auch herrschen. So gesehen, bei allem Negativen, was man mit so einem Kloster verbinden möchte, ist es eine frühe Form einfacher Demokratie und eine frühe Form von weiblicher Herrschaft gewesen, die es zu dieser Zeit ansonsten überhaupt nicht gegeben hat. Also die einzige Option, als Frau nennenswert was zu sagen zu haben, war tatsächlich Äbtissin werden oder den Mann eben gut um den Finger gewickelt haben und so weiter und so fort. Aber offiziell war, glaube ich, Äbtissin werden mit das einzige, was Frau tun konnte, um in der damaligen Gesellschaft ernst genommen zu werden, beziehungsweise zu einer gewissen Macht zu kommen. Und das war auch mit den hiesigen Äbtissinnen so, weil nach und nach wurden immer mehr junge Damen ins Kloster geschickt, inklusive entsprechend wieder Geschenke. Und Geschenke waren selten einfach nur Bargeld. Meistens waren das noch irgendwelche zusätzlichen Ländereien, die dann zum Klöstervermögen dazugekommen sind. Und nach und nach wurde dieses Kloster ziemlich vermögend. Aber es kamen dann diverse Schicksalsschläge, als zum Beispiel die Macht der Ebersteiner nachließ. Die Ebersteiner von den Badenern erst siebt wurden, in Anführungszeichen, ihre Burg verloren und die Hälfte ihrer Ländereien. Und auch das Kloster ist mitunter durchaus in anderen Besitz übergegangen. Aber ich will gar nicht so viel an der Geschichte rum erzählen. Es ist ein Benediktinerinnenkloster. Die haben sich also nach den entsprechenden Ordensregeln von Benedikt da gerichtet und waren damit etwas weniger streng als das Kloster daneben an, Bad Herrenalp. Das ist nämlich, wie wir schon gesagt hatten, glaube ich, ein Zisterzienserkloster gewesen. Und die waren nochmal einen Ticken schärfer drauf als eben die Benediktiner. Und die Benediktinerinnen hätten im Prinzip eigentlich die gleichen Regeln dann als die Benediktinär haben müssen. So, zur Klosterkirche kurz. Die war gigantisch. Sie ist es heute noch. Sie hat halt nur kein Dach mehr. Da vorne ist irgendwo so eine Nische, die geweiht ist. Da kann also noch irgendwelcher sakraler Kram stattfinden. Und das war ich gar nicht abwärtig gemeint. Das ist nur Ben-Deutsch. Und das Ding hat auch noch wunderbare Türme, die wir uns jetzt gleich nochmal kurz angucken werden. Ja, und hier sehen wir jetzt auch die Türme. Ich muss immer dran denken. Regenschirm über Kamera, nicht über mich. Und das war also wirklich mal eine gigantische Klosterkirche. Und später, also um 1700 rum, vorsichtig ausgedrückt, war das auch ein enorm wertvoller und wirklich sehr, sehr reiches Kloster, das eben auch sehr lange Bestand hatte. Und um 1700 rum gab es Bad Herrenhalb schon lange nicht mehr, während hier wirklich die Sache gebrummt hat und man eben die Kirche auch nochmal erneuert hatte. Drum ist die noch vergleichsweise gut erhalten. Das ist die barocke Klosterkirche, die eben erst recht spät errichtet worden ist. Kaputt ist sie, weil sie abgebrannt ist, mehrfach. Und dann irgendwie wieder repariert wurde und danach halt eben auch alle möglichen Sachen drin waren. Ich hatte ja schon erwähnt, zu Zeiten der frühen Industrialisierung hat man versucht, hier was weiß ich, was für Industrie unterzubringen. Das kam dem Ganzen nicht unbedingt zugute. Aber ich finde, es ist eine wahnsinnig spannende, faszinierende und riesengroße Ruine, die durchaus mal ein Besuch wert ist. Ich mag ja Ruinen grundsätzlich. Mir eigentlich immer relativ egal, ob das jetzt eine ehemalige Burg, eine ehemalige Festung, ein ehemaliges Kloster oder was auch immer ist. Ruinen per se mag ich persönlich gerne, weil sie ein kleines bisschen daran erinnern, dass auch wir Menschen durchaus mal was krasses gebaut haben können, das halt nach und nach dann trotzdem verfällt. Also nichts, was wir tun, ist ewig. Und daran erinnert das immer mich so persönlich ein bisschen. Ich persönlich, auch wieder da darf man gerne anderer Meinung sein, finde das irgendwie beruhigend. Oh, da kommt Frau. Moment, wenn ich ein bisschen runter mache, sehen wir sie auch. Ist soweit der Innenraum. Innenraum. Übrigens noch eine Besonderheit. Der Anfangstake, da stand ich quasi da draußen auf dem Treppchen jenseits von der großen Fassade, von der Praktfassade vom Kloster. Das ist dahingehend hier relativ blöd, weil die prächtige Fassade, die ja wirklich was hermacht, die zeigt traditionell nach Westen. Lass mal denken. Ja doch, nach Westen. Westen ist da hinten. Und das ist dahingehend doof, weil dahinter kommt der Wald. Das heißt, normalerweise wäre es cool zum Angeben, wenn man ein Kloster hätte, das mit seinem prächtigsten Gebäudeteil quasi nach da zeigt, woher dann auch irgendwelche Pilger kommen und irgendwelche Leute, die das Kloster besichtigen können und irgendjemand das sieht, damit man angeben kann. Aber nein, da hinten ist der Wald. Und da war früher auch schon der Wald. Aber traditionell muss eben das Portal einer Kirche scheinbar nach Westen ausgerichtet sein. Aber das ist halt eben diese Besonderheit, dass man hier eben nicht die traditionell eindrucksvollste Seite in Richtung des Pilgers richten konnte. Und drum gibt es in dieser Klosterkirche nämlich noch ein Special. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Ja, und die Besonderheit ist diese Tür. Weil diese Tür ist quasi die, wo dann... Moment, wenn wir jetzt sagen, da ist Westen, dann ist hier Süden, korrekt? Ne, Norden. Norden. Das ist eben auf der Nordseite... Ja, ja, stimmt, da ist Norden, das stimmt schon. Dass auf der Nordseite eben auch nochmal eine verzierte Zusatzeingangstür ist, das haben normalerweise solche Kirchen nicht. Aber das wird hier eben der Tatsache gerecht, dass wenn jemand hierher kommt, zur Kirche, ja, dann kommt er von, äh... Da. Da ist nämlich Talausgang. Da hinten geht es aus dem Tal raus, beziehungsweise man kommt, wenn man das Tal hochgeht, von da. Da. Ja, da. Und wenn du von da kommst, hast du halt eben nicht die Prunkfassade vom Kloster, aber du hast dann wenigstens diese Seitentür extra noch verziert mit Wappen, damit wenigstens ein bisschen was da ist. Das ist also wirklich so ein Special, was man bei Klosterkirchen normalerweise nicht findet. Da, da ist jetzt die Kirche. Wir sind gerade hier rausgekommen. Moment. Da haben wir wieder die Kirche. So, hier kommt man raus. Und dann steht man hier. Und wo steht man dann? Traditionell, wenn man die Klosterkirche verlassen hat, ja immer noch im Kloster. Und was ihr hinter mir an Ruinen aussehen könnt, das sind alles Teile des ehemaligen Kreuzgangs. Also so ein Kloster besteht ja aus zentraler Klosterkirche. Wir hatten den Grundriss in Bad Herrenalp schon gesehen, wer das Türchen aufgemacht hatte. Und dann ist eben an die Klosterkirche angebaut. Nochmal ein Riesenklotz aus Kreuzgang. Meist mit einem Garten, einem Hof in der Mitte. Den hat sie auch gegeben. Die Brunnenschale in der Mitte, die wird da wahrscheinlich auch irgendwo gestanden haben. Ob sie so in der Mitte stand, das weiß man heute nicht mehr. Und um den Innenhof herum, wo es auch wahrscheinlich ein kleines Kräutergärtchen gegeben hat. Später im Barock dann tendenziell eher nicht mehr. Da war die Zeit der Kräutergärten vorbei. Aber um 1200 rum, auf jeden Fall 1300, Entschuldigung, haben die mit Sicherheit einen Kräutergarten gehabt. So, und grundsätzlich können wir uns jetzt mal ein bisschen die einzelnen Flügel des Kreuzgangs angucken. Also hier der Weg war Gebäude. Da hinten die Mauerreste, die wir hier noch sehen können, sind natürlich auch noch original. Und es wird sich wahrscheinlich um ein Gebäude eben in der Breite, hopps, in der Breite dieses Weges gehandelt haben. Wobei hier noch irgendwelche Mauerreste zu finden sind. Wenn wir da drüben noch ein Stückchen reingucken, sehen wir da noch Mauerreste rumliegen. Also da hat es noch ein Zusatzgebäude gegeben, in dem vermutlich Küche untergebracht war. Und dadurch, dass da hinten ja ein Hang ist und von diesem Hang immer ein gewisses Maß an Wasser heruntergekommen ist, hatte man eben hier in dem Flügel, in dem ich jetzt hier gerade stehe, auch alles untergebracht, das fließend Wasser benötigt. Nämlich Küche zum Spülen, Abwaschwasser, wenn man halt Wasser gebraucht hat. Und natürlich auch das Klo mit permanenter Wasserspülung. Und das auch schon wahrscheinlich seit Beginn des Klosters, des Klosterlebens, dass man eben diese Klospülung schon gehabt hat. Sehr luxuriös. Ohnehin ganz so ärmlich und erbärmlich, wie man das eigentlich in einem Benediktinerkloster erwarten dürfte. Man soll ja nur beten und arbeiten, ora et labora. Aber wird es hier wahrscheinlich eher weniger zugegangen sein, da das ja ein Kloster war ausschließlich für vergleichsweise reiche, adelige Damen, die sich dann eben hier auch mit einer gewissen standesgemäßen Unterbringung sozusagen eingekauft haben, wenn sie eben dem Kloster enorme Schenkungen gemacht haben. Wahrscheinlich hatte sich das auch herumgesprochen und man hat hier dann eher Verwandte hingeschickt, an dem einem tatsächlich noch ein bisschen was gelegen hat und eben nicht nur zum eigenen Seelenheil und zum Auffahren in den Himmel und so weiter und so fort. Aber nochmal, hier dieser Flügel, wo wir jetzt gerade stehen, größtenteils wirtschaftliche Bedeutung eben wegen der Möglichkeit zum Wasseranschluss. Jo, also hier jetzt mitten im Klostergarten in Anführungszeichen, muss man sich das so vorstellen, wir haben heute, gerade wenn man da drüben dann noch auf das Mäuerchen drüber steigt und da hinten die Landschaft guckt, gibt es heute auch ein gewisses Maß an Aussicht. Das ist übrigens noch der höchste erhaltene Gebäudeteil vom ehemaligen Wohnbereich des Klosters. Wahrscheinlich haben da auch besonders wohlhabende Damen gehaust. Da gibt es nämlich erstaunlich große einzelne Zimmer für die einzelnen Bewohnerinnen des Klosters und ohnehin ist der Wohnbereich für übrigens insgesamt 30 Bewohnerinnen, also 30 Nonnen, schlicht und ergreifend, ausgelegt. Und wenn man sich jetzt darüber nachdenkt, dass hier in diesem folgenden, von da bis hier überall drüber und bis zur Klosterkirche und sogar noch ein Stückchen hinter die Klosterkirche, also das Mäuerchen war hinter der Klosterkirche entlanggezogen und verspannt dann dahinter. Wenn dieser Bereich für nur 30 Leute gedacht ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass die hier doch vergleichsweise viel Platz hatten und nicht, wie man das aus Männerklöstern kennt, jeder kriegt so eine winzige Zelle, wo er eine Pritsche hat und bestenfalls noch einen Schemel und irgendeine Schüssel zum Waschen und Schluss ist. Sondern hier herrscht dann wirklich ein gewisser Luxus vor und das ist ja die barocke Überbauung nochmal, die zu einer Zeit entstanden ist, als das Kloster wirklich sehr, sehr wohlhabend ist und das sieht man eben auch entsprechend. Wir gucken hier mal über die Mauer am langen Stock und hoffen, da drüben was zu erkennen. So, und was wir jetzt hier hoffentlich erkennen, sind eben die einzelnen Wohngemache der Nonnen. Da hat man geraust. Und anhand der Mauerreste können wir uns dann auch ungefähr vorstellen, wie groß die einzelnen Kämmerchen der einzelnen Klosterbewohnerinnen gewesen sein werden. Nämlich eben ziemlich groß. Also das ist wirklich luxuriös, wie ich eben schon erwähnt hatte. Mitunter waren sie sogar hinterher, zumindest im barocken Bereich, mit einzelnen kleinen Kaminen ausgestattet. Die meine ich mal irgendwo gesehen zu haben, aber bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also nehmt das mal als Gerücht, diese Behauptung. Weil, das ist mit der Beheizung dahingehend ein Thema, weil normalerweise so ein mittelalterliches Kloster, also zumindest in der Frühzeit im 13. Jahrhundert, werden die mit Sicherheit keine einzelnen Beheizmöglichkeiten für die einzelnen Unterkünfte der einzelnen Bewohnerinnen gehabt haben, sondern ein sogenanntes Kalendarium. Das war die Heizstube, die sich als einziger beheizbarer Raum in einem Kloster befunden hat. Sie war vermutlich auch in dem Teil des Klosters, den wir uns gerade angeguckt haben und besteht normalerweise aus einer Heizkammer unten drunter, in der ein großes Feuer betrieben wird. Entsprechend schwarz wird diese Kammer dann irgendwann sein. In noch intakten Klostern kann man sich die immer schön angucken, diese Heizkammer. Da ist auch irgendwer dafür zuständig, dass da halt auch immer das Feuer nicht ausgeht. Und oberhalb von der Heiz, dieser Feuerstelle in Anführungszeichen, befindet sich halt dann der eine warme Raum. Bei Zisterzienserklöstern war das üblich, dass man sich da, wenn die Not am größten war und man gar nicht mehr warm wurde, dann durfte man da kurz mal rein, um sich ein bisschen wieder aufzuwärmen, um dann aber auch schön schnell wieder rauszugehen und weiter im Kreuzgang oder im sonstigen sehr kalten, zugigen Gemäuer dahin zu schleichen, bis einem wieder so kalt war, dass man sich dann mal wieder ein paar Minuten Wärme hat gönnen dürfen. Und es soll jedenfalls verpönt gewesen sein, laut Ordensregel, wenn man sich ständig im Wärmeraum entsprechend aufgehalten hat und sich gar nicht der Kälte draußen ausgesetzt hat. Und ursprünglich hatten das die Damen hier in ihrem Kloster auch mal so, was dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so gewesen ist. So, und das Nächste, was wir uns hier nochmal schnell anschauen können, ist das Fundament der Klosterkirche selber. Und da sehen wir, da hat es so kleine Fensterchen und die hat es da deswegen, weil sich unter der Klosterkirche ein riesiges Gewölbe befindet und man hofft heute noch, dass man da irgendwelche geheimen Stollen und versteckte Schätze und sonstiges findet. Das ist einmal im Jahr, also dieses Jahr nicht, aber in normalen Jahren ist da mal Tag der offenen Klostertür und man darf dann da mal in den Keller reingucken. Das ist wirklich irre. Also wer auf unterirdische Gewölbe und Höhlen und geheime riesige Keller, das ist wirklich gigantisch, was da wir unten an Erdmasse bewegt haben. Wer auf sowas steht, der kommt im Klosterkeller hier definitiv auf seine Kosten. Und da gibt es halt wirklich noch vom Hauptkatakombenbereich ausgehend noch irgendwelche Gänge, die wohin auch immer führen. Die meisten sind nicht besonders lang, aber entsprechend gehen Gerüchte um, dass da ja Herrenalp da drüben ist und dass hier Frauenalp ist, dass es da mal einen unterirdischen Gang gegeben haben könnte, in deren Mitte man ganz viele junge Menschenskelette findet. Okay, das ist jetzt böse und ein bisschen makaber und passt gar nicht zu Weihnachten, aber es ist nun mal ein Gerücht, dass ihr die Runde macht. Gut, jetzt gucken wir noch einmal ganz kurz auf die Wirtschaft rund ums Kloster und damit auch noch ein gewisser Waldbezug hergestellt werden kann. So, eine Aussicht, die man vom Kloster selber wahrscheinlich selten gehabt hat als Insassin, äh Bewohnerin. Und, ähm, eigentlich ja doch ein gar nicht so unidyllischer Anblick, ist leider gerade etwas mit Autolärm, äh, oh nein, das ist das gelbe Bandy-Lärm, äh, getrübt. Und, naja, gut, aber nichtsdestotrotz wichtig für solche Klöster und insbesondere zur Besiedelung solcher Täler wie das Albtal, äh, äh, da waren Klöster wichtig und sie standen logischerweise auch immer im Grund des Tals, weil es der einzige Ort in so einem Tal ist, wo man mal halbwegs eben einen Boden hat, wo man dann auch halbwegs vernünftig ein bisschen Landwirtschaft betreiben kann, wenn auch nicht super toll. Ziegen hat es immer gegeben, da sind die Ziegen im Bild, ich glaube, da läuft gerade so ein weißer Punkt, der weiße Punkt ist eine Ziege. Naja, äh, die hat es auf jeden Fall auch immer gegeben, Schafe hat man natürlich gehabt zur Wollproduktion und, äh, insbesondere die Zisterzienser dann oben bei Herrenalp haben traditionell auch immer, deswegen brauchten sie auch immer einen Bach, nämlich die Alp, ähm, oder einen Fluss eigentlich schon eher, die Alp kann man denke ich schon als Fluss bezeichnen, ähm, da haben sie immer Fischteiche angelegt. Ob das jetzt hier bei Frauenalp die Nonnen selber auch gemacht haben, ist eher unwahrscheinlich. Grundsätzlich war es auch nicht so erwünscht, dass die Nonnen nennenswert irgendwas außerhalb von ihrem Kloster machen, habe ich mir sagen lassen. Deswegen, die hatten ja ihre reichen, reichen Gutgüter und ihren entsprechenden Besitz vom Kloster selber und deshalb Geld war immer da und was man an Nahrungsmitteln gebraucht hat, das hat man sich auf jeden Fall kaufen können. Aber nichtsdestotrotz, in unmittelbarer Umgebung des Klosters war so ein Wirtschaften durchaus auch möglich und es wird auch mit Sicherheit stattgefunden haben. Äh, ja, so, ähm, dann noch ein Blick zurück auf, Äh, äh, das ist übrigens jetzt hier dieses große Gebäude innerhalb des Kreuzgangs, ähm, das war auch vergleichsweise hoch. Ähm, das war auch vergleichsweise hoch und nochmal, das für 30 Nonnen ist das bemerkenswert groß. Und hier können wir jetzt nochmal die Flosterkirche in, äh, vollem Umfang begutachten, wenn dann nicht noch der Baum im Weg stehen würde. Also übrigens die Türme, machen wir noch ein kleines bisschen Schritt, die sind so nicht mehr original. Die hatten ursprünglich obendrauf, äh, mal noch so Zwiebeltürmchen, ähm, waren also noch ein Stückchen höher. Man hat dann aber beim Renovieren, damit der Turm nicht vollkommen zusammenbricht und es nicht auch oben ins, ins Gemäuer reinregnet, halt dann nochmal so ein Dach drauf gesetzt und hatte dann nicht das Geld, ähm, super tolle Spezialtürmchen hinzustellen, sondern eben das nur so weit zu rekonstruieren, wie wir das hier jetzt sehen. Also die oberen Bereiche, da, oberhalb vom Geländer der Türme, das ist alles rekonstruiert, da war ursprünglich nicht mehr viel von übrig. Ja, aber alles, was wir sonst gesehen haben, alles original, alles noch Bausubstanz des Originalklosters. Gut, das, äh, meiner Meinung nach ein wirklich, wirklich spannender Ort. Die Geschichte des Klosters und ein bisschen Wissenswertes zum Kloster ist ja auch überall noch sehr schön ausgeschildert. Ähm, zu den einzelnen Aspekten gibt es jeweils einen sehr gut geschriebenen Hinweistafel und gerade wenn dann mal Tag der offenen Tür ist, wo man dann auch wirklich noch ein bisschen in den Details des Gemäuers, weil hier dieser Hof und so weiter, wo ich jetzt rumgelaufen bin, das ist jetzt an sich nicht so spektakulär, die interessanten Teile, wo ich jetzt auch über die Mauer habe gucken lassen, die sind interessant. Ja, und da kommt man nur mit Führung rein, damit da eben kein Vandalismus und ähnliches betrieben wird. Ist ja auch richtig und nachvollziehbar so. Und ich sehe, glaube ich, wahrscheinlich bin ich unscharf, weil ich hier wieder den blöden Fokuspunkt falsch gesetzt habe. Äh, ja, das ist es gewesen. Kloster Frauenalp. Kloster Frauenalp, also als Sehenswürdigkeit definitiv Herrenalp, um Weiten, äh, Weites, Weit, Weit überlegen. Ähm, außerdem, Frauenalp hat ein braunes Schild auf der Autobahn, das auf eine Sehenswürdigkeit verweist. Herrenalp hat das nicht. Na, also, bis morgen.